Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Ag Survival Evolved. Mit dabei ist auch wieder unser Shadowmane Younger Schmalt. Hallo. Ja, hier vorne haben wir noch ein Shadowmane, den wir ursprünglich wollten. Ja, genau. Jetzt würden wir uns noch gerne fangen. Hoppla. Genau, dann haben wir nämlich zwei. Und zwei ist immer gut, weil man braucht ja Pärchenbonus. Du kannst ein bisschen näher kommen, wenn du willst. Finde ich schon. Also ohne Rechse. Ja. Oh Gott, da die stiegen wir rum. Ja. 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 Schauen wir mal, jetzt ist er wieder chillig drauf. Ja, jetzt dann. Achso. Ja, jetzt dann legt das sich nieder. Ja. Schnell weg! 28,9% haben wir geschafft. Mhm, viermal. Okay. Ja, stimmt. Ja. Hast du den Blick von oben? Ja. Ja. Tapsi, Tapsi, Tapsi. Mit kleinen süßen Pfotenabdrücke auf dem Boden. Kommt in eine Richtung. Ja. Okay, jetzt ist der Baum. Ist er noch unsichtbar, oder? Ja, ja. Jetzt ist er nicht mehr. Jetzt rollt er sich ein. Er schläft. Okay. In welcher Richtung schaut's in den Kopf? Äh, nicht in deine. Also nicht in die Richtung vom Rex. Nicht in meine? Da ist der Popo. Nein, nein, der schaut in meine. Achso, da bist du. Okay. Du musst einmal drum herum. Achso, ne. Ja, genau hier so. Hey. Sehr gut. Ja, ja. Trotzdem, das ist schon nervenkitzel, ne? Ja, voll. Da geht die Pumpe. Mhm. Warte nicht, dass er mich sieht, ey. Hast du das alles resetet? Ja, hast du dein Camouflage-Ding an? Ja. Okay. Nee, er ist noch. Unsichtbar, oder? Hängt da bei den Steinen. Mhm. Jetzt und, jetzt und. Okay, er zeigt mit dem Popo zum Fluss oder zum Wasser, ja genau. Mhm. Mit dem Popo. Ja, ja, ja. Er zeigt dir deinen Popo. Ja. Hey, super. Boah, da fällt Kacke vom Himmel, ey. Mhm. Kleiner Cothaufen, ey. Einmal noch, einmal noch, Daumen drücken. Ja. Aber ist schon, schon Events und Shadowmains zu ziehen. Bis man mal die Fischreusen voll hat. Ja, ja. Und das dann checkt, dass man die ausrüsten muss, damit sie wieder resetten, also im Wasser sein muss und dann slotten und dann wieder ins Inventar, dann resettet sich ja die Zeit von den Fischen und dann hat man wieder 30 Minuten oder 40 Minuten Zeit. Nicht so einen Stress wie wir gemacht haben am Anfang, ey. Ja, 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 ja. Ja, das ist schon ein heftig, Shadowmains. Ja. Das ist auch ein heftig. Jetzt und? Wohin zeigt er? Ja. Probschot zu den Drexen. Ja, zu dir. Jetzt dann nach links. Stopp. Nach links, ja. Achso. Auf ihn zu. Genau. Aber bist du schnell, ey. Oh, oh, oh. Er hat dich gesehen. Oh nein. Oh nein. Eine Scheibe. Na gut, dann holen wir uns neue Fische. Jawohl. Der ist verhext. Ja. Der will halt nicht gezähmt werden von uns. Nee, anscheinlich. Gut, dann. Bis gleich. Würde ich sagen. Ja. Ja. Alla Shadowmains ist schwer. Huhuhu. Wir stellen uns halt komisch an, ja, ja. Das kann auch sein. Ja, wahrscheinlich. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Yay, 53,2 Hammer. Ja, das könnte man schaffen. Oh, ich verduschte. Boah. Tapsi, Tapsi, Tapsi. Mhm. Er ist wieder da. Unterm Baum. In Popsch, aber gegen... Er schaut zu mir. Okay, ab. Genau, er schaut zu dir. Hm. Fliegst du oder was? Nee. Achso. 28,5 Hammer. Äh, 78,5. Ja, schau doch mal. Tapsi, Tapsi, Tapsi. Ja, 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 ja. Das ist eine aufregende Zehnung. Ähm, äh, ja. Es ist wieder mal... Es ist äh, in normaler Geschwindigkeit, da darfst du mal 80 mal hinlaufen oder so. Ha, 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 ach du, er kommt? Ich weiß es nicht. Also mit Popsch zum See. Er ist zum Shadow Menon. Ja? Sicher? was ist denn mit dem hat der hinten augen oder was du musst am rücken musst du mit zu ihm kommen ja das war doch der rücken ja dann holen wir uns mal neue fische musst du neue reisen bauen ja mach mal neuen reisen bauen okay hast du den reisen ja ich habe meine reisen wohl so wenn ich sie unten in der leiste lasse dann läuft die zeit auch nicht weiter ich hab's mir schon gedacht das ist ein bug oder so neuer versuch neues glück hallo das immer wieder die nervi 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 also mit dem pop zu mir ist was ist zu dir ich bin da oben auf dieser rücken der rücken ist zu dir ja der schaut zum wasser genau wie das ausschaut 25,4 was war's für ein fisch weiß ich nicht also wahrscheinlich 1,1 tapsi 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 hier komme ich hoch da kann ich ein bisschen besser gucken ganz weit jetzt sollt er sich wieder ein und popschies zu uns perfekt ich muss das kommentieren hier ja 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 wow 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 du um uns mehr nee passt so der passt mach es einfach tue es ich glaube du musst von dieser seite aber jetzt nicht keine lust zu lang zu liegen dass ich schon wund klicken jetzt nicht erlegt sich hin jedoch nicht mehr hängt ab doch ein bisschen wie es muss sie es immer so machen ich sehe dich mit dem kopf in richtung rechse ich glaube der hat gerade gesaved hat so geruckelt und weiche unsicher so was geht oder was halt auch nicht was geht was geht ich sag's dir ganz konkret tapsi 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 hinter baum ist da bist du aha so machst du alles so ja ja ganz niki schleich ich mich an das nur auf das sieht jetzt liegt er sich nieder wie ist der rücken ja passt so schaut zum ufer und der prof zu uns der rücken zu dir ich komme nicht durch ja das denke ich mir er ist wieder aufgestanden oh resettet resettet oh nein hilfe hilfe okay er hat sich wieder beruhigt ja ich habe ihn gebullert ja achso er ist still ja vielleicht sollten wir ihm ein gehege bauen wo wir ihn dann reinziehen ja können wir auch machen ja es muss es will einfach nicht nee hast du kettensäge oder? ja ich einen bergbauläser kannst du dein übriges tun ja hilft nix wir haben es versucht es hat gut ausgeschaut aber ja ja und neue fische brauchen wir auch ja es soll alles auf anfang auf dem baum auch bitte lasern damit man Stroh ja genau ich tue es in die rex hier rein ja bau mal hier so auf dann oder? dann locke ich ihn da mal bei gelegenheit her zweimal zwei reicht ja 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 nein ich hätte nicht springen dürfen sich halt so gefreut aber ich hätte auch nicht mehr genug fische gern ja muss man uns halt die piranhas krallen die da die unwesen treiben hier ist ein 1,3 er selber tut er wird uns den werde ich nicht kriegen muss man unsere skills aktivieren unsere reusenskills ja schade hat nicht sollen sein nein doppelte höhe bauen oder? ja schon treppen? ja ich brauche noch stein bitte stein? ja ich habe auch noch was gebaut ja cool treppe oder was? ja genau ja sehr gut und ein fundament oh oh pass auf so ja wenn dann muss man sowieso erst später reinlaufen ja oh oh gott was denn? und er ist drin ja gut was denn wenn ich ihn netze beruhigt er sich dann? weiß ich nicht ja weiß ich nicht ja mal zurück mit unseren dinos er hat sich beruhigt ja ich habe ihn genetzt achso ich glaube dass der gerade beruhigt ist er hat sich beruhigt ja ja ah klötte da lala da lala da lala da lala da lala da lala Ich lege schon mal 5 Reusen in den Dino rein. Reuse. Ah. Ah, jetzt ist der Chili drauf, schau. Ne, doch nicht. Er tut nur so, ey. Hm. Vielleicht müssen wir ihn betäuben, da wird er noch ganz normal. Wenn er wieder aufwacht. Hier hat es geheißen, die Fundamente ersetzen, die er angreift, oder? Was ist jetzt? Ne, doch nicht. Ne, echt? Ja, du hast es mir vorgelesen. Das kann auch sein. Du musst du hinschleichen. Ich brauche Stein. Ja, jetzt ist es hier drin. So. Oh, scheiße, was war hier? Ja, Pico-Master. Auf Hedflasche, ich Dionis scheiße. Er ist schon tot. Danke, Almida. Oh Mann, ne, ich Dionis. Was ist hier wieder? Ah. Ja. Ne, ne, ich Dionis ist weg. Wenn der Dionis ist, was beißt, ist es weg. Ach so. Okay, ich habe wieder fünf Reusen. Jetzt haben wir elf Reusen. Das wäre zu langen. Oder wenn da noch Fische drin wären. Ja, die kann man ja hier da Piranha mäßig einfangen. Okay, ich bin gespannt. Ich versuche so lange mal den zu resetten. Hast du Fundamente? Ich baue einfach. Ja, ich auch schon. Hier, bitteschön. Ein paar Türrahmen. Okay, ich probiere mal mein Glück. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Mach hier mal die Reusen klar. Boah, sehe ich gar nichts, ey. Boah, sehe ich gar nicht. ja das klappt ja wahnsinn das klappt du musst die setzen die angreift und dann ist er wieder schillig drauf sehr gut kann die fischreuse nicht setzen naja jetzt sind ein einziger fisch im ganzen wasser ja ich weiß das wird hier nix nee das wird hier nichts willst du kurz ein heim düsen ja ich halte hier wache kurz beim shadow main ausgestiegen hier wieder ein katz bist du mit neuen fischen zurückkommt aus lang noch ein paar treppen hin bis gleich wenn wir jetzt feines 10 gehege gebaut für den guten shadow main und schmeit und versuchen ihn zu zähmen ja mal wieder mal wieder mal wieder mal endfollowern seine aus sein ort da ich habe in der fischreuse für dich 1,3 1,3 mal richtig fetter fisch ist es den kriegst nur du weil du so süß bist nicht der shadow main höchische domain hält uns auf trapp ja das zweimal zwei gehege ist leider zu klein er kann sich irgendwie da nicht hinlegen ich glaube da kann er kann er nicht wandern und wann dann ja und er hat das ich mich in den haben ein größeres ist erweitert ja aber hier legt es sich hin das haben wir schon gesehen hat er hat er hat er hat er hat er hat er ich werde mich die stimme ja hat er hat er hat er hat er hat er für mit dem schwanz wedelt wie der echte muzi 34,9 prozent was war das ja der 102 oder 103 von hallo nicht geguckt welcher entweder 102 oder 103 ich habe mit dem höchsten angefangen 1,3 1,3 oder 1,2 nur 34,9 prozent das geht ab das waren sie ein x sein mann vielleicht war ja schon mal aus der röse raus jetzt legt er sich wieder nieder ok mit dem kopf zum wasser es ausschaut hey das war ein guter fisch 1,2 erwartet ja vielleicht wenn er 1,3 ja schon mal aus der röse geholt wurde es kann gut sein ja weil dann ist er gezähmt gewesen du musst ein bisschen in die knie gehen nicht dass er dich sieht wir müssen tarnen ja genau tarnen tarnen täuschen ja das wird dann wohl ein 1,3 jahr gewesen sei aber schon gezähmt halt doppelt gezähmt ja ist schlecht also man kann ja gezähmt fisch wieder in die röse zurück stecken aber ich glaube da verlieren seiten an wirkung ja da ist er wieder perfekt mit dem brück zu uns steht der noch oder liegt der der liegt bei mir ja hat sich gesehen passiert weiß ich nicht der ist unziehbar anscheinend so wütend mhm müssen wir wieder was austauschen ha jetzt beruhig dich wieder du hast aber keine kampfmusik oder ich habe keine kampfmusik da regt sich einfach jetzt so auf er ist noch gestresst ja ja oder jetzt nicht mehr jetzt ganz normal jetzt ist er reeling gott er danke jetzt kommt kommt runter jetzt 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 ich habe eine fischhäuse verbraucht eine habe ich aber noch ok wenig büsche eben am besten und übersichtlich dass man sieht wie er da liegt ja aber seine fahne bauen wie gesagt und zwei mal zwei hat nicht gelangt dann bewegt er sich nicht gescheit wenn er eine wand angreift oder so dann kann man die wand einfach austauschen dann wieder chilliger wieder genau bei mir steht er noch ich glaube der hat sich hingelegt aber da gehe ich jetzt nicht hin wenn der so da liegt aber jetzt ist das ein oder ok ich glaube dass der fein ist aber schaut komisch aus das heißt schmeigt wie er sich anpirscht jetzt wieder aufgestanden ja ich bin schon weg ja ich habe gedacht das war schon wieder und er ist ganz ruhig ganz ruhig muss ganz ruhig muss kannst du wieder hinlegen ja schnuppern 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 kein mensch war da nee nee kein mensch war da nee 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 ich habe gerade ein revier markiert was das gepieselt da hinten kommt das federleiter zugeguckt stimmt das habe ich auf den schultern ja das arme fenner leid kommen der sucht irgendwas ja wahrscheinlich wirklich komplett verwirrt er hat seine schlüssel verlegt hier war doch irgendwas warum sind so wände da ich verstehe das nicht jetzt komme ich hier jetzt kommt ja leg dich hin du bist müde komm jetzt her ja 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 Ah, ist schon gut aus. Yeeeey. Eyy. Schön. Oh Gott, das war ja eine Aktion. Ja. Ne, braucht man ja auch nicht. Lässt du es. Warum? Ich kann ihn einpotten. Ach so. Ich will ein bisschen mit dem rumreiten. Aber es schaut anders aus. Es schaut ein bisschen roter aus. Voll cool. Ach so, du wirst dann mit sichtbar. Cool. Aber mit unsichtbar. Ja, coole. Na endlich, Haman. Ja. Hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. Für uns was ziemlich anstrengend. Ja. Was wir geactet haben. Die haben sich ja insgesamt drei Stunden oder zwei Stunden verbracht, den Shadowman irgendwie zu zähmen. Aber zumindest wisst man in dieser Aberration Höhle, wo immer die Krabbe ist, da ist das Wasser so seicht, denn da kann man super Fische rausnehmen. Ja, aber wahrscheinlich gibt es im Eis auch einfach so ein Bergtümpel, wo das Wasser seicht ist und da sind auch sicher viele Fische drin. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Wir freuen uns immer sehr drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf euch. Lasst gerne einen Kommentar da und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr. Tschüssi.